Der Spieler hat mich gerade verjagt. Ich hab gedacht, du wärst das gewesen, bis ich die Haare gesehen hab. Ja, ich hab nur weiße Haare. Willkommen zurück. Wir wollten zwar in dieser kleinen Folge mit unserem Mr. Michi und mir, Artak, Artak, ja, die Brücke erkunden. Leider hatten wir erstens ein Server-Neustart, zweitens wurden wir von Zombies weggemacht und jetzt haben wir nur auf-equipped und wir fangen auch mal von vorne an. Ja, willkommen zu meiner ersten Folge Let's Play DayZ. Äh, was hast du denn schon? Jetzt müssen wir uns ja wieder leider neu... Äh, ich habe gerade meine Lederschiefe gefunden und eine Pistole und hier Sniper-Bullets. Ich hab Fressen gefunden und noch ein paar Bandagen, weil jetzt dürfen wir uns ja ernsthaft wieder noch komplett neu equipen. Und weil wir färten vom Lineswander anscheinend, so wie es das dann gehört hat. Äh, und es wird dunkel, ich bin begeistert. Ja, wir müssen trotzdem weiter, wir müssen gleich direkt in den nächsten Stadt rein. Ja, am besten wir müssen uns jetzt ein bisschen fair aufteilen, wer was kriegt, weil... Einer von mir, wir sind Freaky, wir haben gar nichts. Wir haben echt nur Scheiße. Ich hab'n Helm und Muni. Na, ich hab'n nur Schuhe gefunden. Ach, du bist... Ach, da oben. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ich hab' aber wenigstens schon mal einen Helm gefunden, das ist schon mal was wert. Ja, hier sind die Idee... Oh, die Kisten haben sie gar nicht... Scherzhaft? Ja, deswegen hast du gerade was gefunden. Ich kann's sagen, ich hab'n doch fast alles rausgenommen. Autsch. Ja, schnell looten alles und dann bloß weiterziehen hier. Oh, ihr habt sogar ne Schuffele direkt rum. Ja, nice, wir müssen erstmal wieder echt Waffe... Ich hab'ne Pistole gefunden, um noch ein bisschen was zu fressen. Oh, trinken und essen finde ich auch gerade an. Machst hier. Raum eins. Au, falsch haben. Ja, einmal Fisch und einmal Knochen. Für was die Knochen sind, weiß ich immer noch nicht. Ähm... Einmal Pepsi... Zweimal Pepsi-Meh nicht. Nicht einmal. Und noch mehr Bandage. Ach, du bist... Ach, du bist gar nicht oben. Ja? Irgendwo muss ich auch rum sein. Na gut, ich glaub' das war's hier irgendwo, glaub' ich. Oh, was mal ein Schaf finden, was sehr selten in der Wüste ist. Haben wir jetzt in diesem kleinen Dorf hier auch alles abgelootet? Ja. Ja, wollen wir echt in der Nacht da raus? Würde ich sagen, ja, auch die schnelle. Ab zum nächsten Gebäude. Bevor noch mehr Spieler kommen. Wir haben nämlich gerade auch das Problem gehabt. Wir hatten gerade 100 Spieler. Wir haben uns erst mal, wo man Reconnect sind, erst mal instant wegschmeckt. Und wir hatten echt Probleme, uns jetzt schnell wiederzufinden. Und jetzt dachte ich, erst equipen, dann können wir die verprügeln. Und naja. Aber weißt du, was ich schön finde? Dass der Humanitätslevel gleich bleibt. Ja. Seltsam mal kurz rausjoin. Das finde ich richtig schön. Aber... Ja, dann ist die Humanitätspunkte verlierst du so extrem, wenn du irgendwelche Spieler killst. Ja, das ist der huge. Der hätte ja vorn fast eingetötet. Der wahrscheinlich so, der nicht getötet hat. Kann sein. Das war der... Warte mal. Der hatte so was Rotes an, glaube ich. Ja, das war also der Fall. Der wurde danach getötet. Ja, muss ich hier in eine Aufnahme gucken. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. So, über den Hügel irgendwo war dann der Kette statt. Da müssen wir uns erstmal wieder leicht... Da ist ein Holzgebäu... äh, ähm, Holzstadt. Da waren wir als... ähm, nächstes Mal mussten. Wir waren da gerade auch danach. Na, luke mal das schon ab, weil wir brauchen jetzt erst wirklich Ausrüstung. Ja, da kann gar nicht rennen, muss man essen. Wir sollten sowieso nicht so viel rennen, weil das Rest ist ja echt mangelbar. Ja, da kann ich nicht mehr. Meistens zu Anfang ist... äh, die zogen die ganzen... Ah, wo ist denn hier die Kacktür? Ne. Ich quetsche mich nicht, weil ich so fett bin ich nicht. Äh, äh, äh. Alter, wo ist die Kacktür? Hab einen gefunden. War was drin? Äh, essen. Oh, der MP5 haben wir euch wieder und fressen. Ne, vom Betten. Sag mal, was Interessantes findest. Jo. Ah, du bist da. Tropfen, Munition und ne zweite Pistole. Die zweite Pistole kann ich nicht geben. Achso, ich hab selber ne Pistole. Achso, der kann ich die wieder wegmachen. Öh, keine Piste versteckt. Ey, ich hab ne Pistole. Ja, ich hab auch wieder Fressen gefunden. Ich hab Steinschwert für dich. Steinschwert für dich. Steinschwert, nimm ich. Hab ich jetzt schon mal einen Teil meiner Ausrüstung wieder. Oh, ich hör zu. Oh, nein, 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 nein. Oh, aber auf den. Auf den Dach. Ach, ich hab mich tot. Na, dann bin ich schon mal Wude. Äh, hab ne Fa, hab deine Farmers wieder. Was, was meine Fa? Achso, meine... meine etwas... Dinger. Ich bin zu behindert über den Zaun zu... Naja. Was, gleich ist Handy leer, gleich geht wieder. Was? Geil, was macht man so in der Chatbox zu stehen? Äh, bitte dir. Oh, seh schon. Der hat was in der Hand? Der hat ne Pisse in der Hand gehabt. Was, der hat der Pisse in der Hand gehabt? Ne Pistole, ey. Ach, ne Pisse. Der Pisse, verstanden. Hier gibt's nur Kacke. Ja, mir schon, ne? Also, ist ja schon mal schön, dass wir ein Steinschwert haben. Da kommt ein Zombie auf mich zu, wie ein Geister. Hä? Oh, jetzt... Alter, mieses Stück Scheibenkleister. Scheibenkleister. Alter, wie das sich erst mal gepackt hat. Oh, da kommt schon der nächste. Oh, oh, oh. Tötet ihn, tötet ihn. Das ist ein Spieler? Tötet ihn. Auf ihn. Ich hab keine Kniffe, das nervt. Ah doch, ich hab ne... Na, scheiße. Wo ich mein Inventar... Ja. Hab ihn. Oh Gott. Lauf, Zombies. Ja, wir haben es. Ey, hast du... Wie viel Humanität hast du nur noch? Hinter dir. Oh, meine Humanität ist um 2000 für so. Oh, so viel? Ja. Alter. Wir müssen hier hoch, wir müssen hier hoch. Scheiben, Alter. Äh, gib mir mal ein bisschen der Crip. Äh... Das ist eine Farmers. Äh... Das ist eine Stein-Dinger. Ähm... Hier ist schon mal der Sniper-Munition. Hast du jemand verwendet? Was? War die... Also... War die Stein-Ax? Ja. Ja, versehentlich, weil ich da gerade auf Fighten war. Ach so, deswegen. Merk grad, hier hat mich schon einen kleinen Hit weg. Alter, der... Der Spiel hat mich grad verjagt. Ich hab gedacht, du wärst das gewesen, bis ich die Haare gesehen hab. Ja, ich hab nur weiße Haare. Ich glaub, ich bin einer der einzigen Skins, der mit weißen Haaren rumläuft. Ja, der hatte bei mir grad Orangene Haare, deswegen bin ich auch los hier. Ey, ich konnte euch jetzt nicht unterscheiden, ihr seid ein bisschen ähnlich aus. Ich muss jetzt... Ja! Vom Weiten sah das aus. Von hinten... Wer ist denn jetzt wer? Ich muss jetzt auf den Namen gucken, wer wer ist. Der wurde aber auch gedacht hab, scheiße, die Team. Was machst du da? Wir haben ein Problem, wir werden hier nicht runterkommen. Ah, ich seh das Problem. Äh, Scheiben... Ah ja, da kann er nicht über die Dinger springen. Sollten wir meine... Ach ja. Ach ja, ich hab ja wieder Sniper-Bullets. Ich brauch aber nur einen Sniper. Ich kann sie abknallen, ich hab ne Knifte mit Muni. Ja, ich hab auch ne Knifte mit Muni. Ja, ja. Na, lass es nochmal Tag werden. Der Mond geht ja schon unter, wie ich sehe. Das sah grad episch aus. Ah, oh mein Gott, Mann, ihr habt den allerersten Spieler getötet. Yeah, und voll die Humilität verloren. Ja, ey. Ey. Ja, ich... Ich war schon immer der gute Mensch. Aber was bringt das, wenn du so viel Humilität hast? Weiß nicht. Wo ist davon irgendwas gefokust? Wenn du im Minusbereich bist oder... Alter, wie die wegrennen. Da ist ein Spieler gewesen. Wo? Wo die Zombies auch gesehen hast. Scheiße. Der soll kommen, den Knall nicht über den Haufen. Ey, kommt der uns jetzt zu nah, knall ich über den Haufen. Gnadenlos. Also, wir sind sowieso unter uns. Ja, die ist weggerannt. Hast du die nicht gesehen? Deswegen. Drei Tage. Geht's dir gut. Dann geht's dir wie Gott am Freund. Wie hängt hier einer? Ja, jetzt hauen nicht alle. Steinschwert. Wir sollten vielleicht nicht so gegenüber kämpfen. Nein, ich war ja weg. Ich war ja nur so, dass ich den hitten kann. Weil, ich hab keinen Bock, dass ich dich hier vollhitte. Am meisten, weil wir immer noch Leder haben. Wir haben immer noch... Okay. Achso. Ja, ich war ja den Hügel und da war ja das große und da können wir uns erstmal wieder eindecken. Oh. Da geht ja relativ schnell mit eindecken. Hat einer eine Ahnung, wie lang ich jetzt schon aufnehme wieder? Ich weiß nicht. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt, geil! Bin begeistert. Deine Wichter, ich hab nicht mehr. Der will denn was von mir. Okay. Bei der Galkaле, warum ver perish? Halte, ich hunger wie behindert. War nicht nur so. der ich den Fluss lang gelaufen oder, ne, die Seite ist so lang gelaufen, ich dachte, sie ist über dem Berg gelaufen. Also ich laufe gerade hauptsächlich, wo bist du? Äh, so, ich bin in der Nähe des Lassers. Jetzt seh ich dich wieder, du warst gerade außerhalb meiner Sichtweite. Ich krieg schon tschüss hier. Boing, boing. Da ist ein Haus. Ist es das? Da ist ein Haus, ja. Ja, das ist es. Mir gibt den Tipp, du guck dich mal, ich will was gucken. Ja. Und da sieht man dein Name nicht so gut. Ah, cool. Wie hast denn das nicht rausgekriegt? Ähm, hat ihn mal im Kopf gehabt. Ich krieg ja schon eine längere Zeit Minecraft. Ja, ich jetzt zwar auch, nur, ich hab noch nie so viel VVP gespielt. So, jetzt sind wir drin, Alter. So, ich geh mal hier oben lang, wir müssen das mal... Leute, das ist das... Ah, wir müssen noch einen weiter eigentlich. Hä? Ja, das ist das falsche Haus. Ach, das war das Haus, wo ich dich vorhin besucht habe. Ja. Ja, ja, aber wir können ja trotzdem schnell looten. Wir haben eine Wasserschlasche. Ja, nice. Eine haben wir, wo ist die zweite? Habe ich Schuhe, habe ich Schuhe, Schuhe habe ich. Ich hab schon mal Stacheldraht. Ja, hör auf, ich hatte über 40 Stacheldraht gehabt. Das könnte man dann echt mal machen, wenn wir uns Spieler auflauen und wir uns zwar mal akadieren müssen. Ich würde jetzt kommen, das Ding zu Bomben. Und mich in der... Ja, dich hinterherbomben, hast du recht. Ah, TT habe ich auch schon mal gefunden. Das ist der Sniper-Stelle hier oben. Wollt ihr so, äh, Pistolen-Munition? Äh. Alter, ich finde hier eine Truhen, sag mal. Näh? Ich bin etwa zu blind. Ich finde dich gerade on mass. Wow, wahrscheinlich bist du gerade bei der Truhen-Ecke. Näh? Näh, ich bin gerade auf dem Turm. Auf Weg zu... Ah, nein, aber Falschaden. Falschaden. Das ist, was... Naja, wenigstens dem Säulen... Hm, reicht ja, wenn einer was findet von uns. Hm, Empty Ken. Das muss so was von dir sein. Da hat jemand seinen Müll entsorgt. Müll entsorgt? Ich war's nicht. Oh, meinst du Müll in die Kiste gepackt? Ja, Müll ents... Ja, okay, das war ich dann. Ja, gut, dann stimmt das. Das war... Das habe ich jetzt mit Müll entsorgen gemeint. Ich wollte gerade sagen, ey. Weil ich glaube, ich wäre der Erste, der eine Knöpfe der Naht hat. Hier bin du. Oh, eine Feuer-Axt. Kann man ja mal mitnehmen. Kann man sich für irgendwas noch brauchen. Ah, ich habe ja Sniper-Multi so auf jeden Fall. Oh yeah. Ja, ich bräuchte dich mal wieder, meine Dragenov. Und meine russische Sniper. Oh, Blutpaket, nimm mal. Ah, du bist da oben gerade, okay. Ja, ich bin gerade so. Ich gucke mir gerade, wie das Leben so ist hier oben. Ganz oben ist ja ein Scheiß. Oh Gott, ich habe so gleich ganz recht Suizid für dir, ne? Ich habe schon wieder eine Knöpfe gefunden. Ah ja, die Kirche war ja nichts drin. Ach nee, hier war... Ei! Ich bin jetzt erschrocken. Oh ey, du machst mich noch paronit. Paronit. Das kann ich dafür, wenn sich so ein Kackzombie von hinten anschleicht. Ja, nice, falscher An. Ja, du hast noch ein Scheiß mitgelootet hier. Ja, glaube ich, ein kleines Problem. Ich kann nicht richtig laufen. Du kannst nicht richtig laufen. Ich kann nicht richtig laufen. Was ist jetzt daran scheißen? Was? Wieso muss ich recht haben? Die Knochen sind, ähm, die Knochen sind für gebrochene Beine. Ach, du hast es ge... Nice. Woran merkt man, dass man gebrochene Beine hat? Wenn du nur noch zu extrem langsam läufst. Ah. Wirklich extrem langsam. Na, dann sollte man uns die wirklich mal ein Stack immer aufbewahren. Heißt das eigentlich, wenn ich jemanden in den Fuß schieße mit einer Sniper, damit ich denen dann richtig schlecht gehe? Wenn du wirklich richtig, richtig triffst? Ja. Der läuft dir dann nicht weg. Das ist gut. Es sei denn, der Knochen muss so umfallen und hier spammt die Dinger. Naja, Jus, das ist ja nicht schwer. So, ich würde sagen, wir sind mit diesem Bereich auch fertig. Ich glaube, wir haben ja irgendwo ins Zombie gehört. Das kann die von mir sein. Das ist ja eine schwache Ebene. So, wir sollten uns langsam unser Eisen-Equip mal wiederholen. Ja, das ist in der nächsten Stadt. Allbahn-Aufbahn. Wir haben mehrere Recharger-Dinger. Also, wir sind ja mehr gut. Ich muss mich jetzt an gewöhnen, dass du ja immer hopst. Dann ist man ja schneller. Nice. So, Warni-Stadt. Warte mal, ich bin... Äh, purgerlaufe. Ich bin ja den Fluss langgelaufen. Dann zeigt mir die Karte raus, nämlich. Ja, ne? Wir glauben, das ist echt schlimm hier. Ja, ich werde jetzt, wir werden bis zur Stadt laufen. Dann werde ich den Kart noch... Äh, den Kart, ja. Den Part noch mal cutten. Ja. Weil, dann müssten wir ungefähr die Zeit haben, weil ich habe keinen Bock, die Folgen Überlenker aufzunehmen, weil ich nämlich vergessen habe, voll auf die Uhr zu gucken. Der Hund bellt jetzt auch noch. Wollt ihr mich verarschen? Den hat es geil. Dün, 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 dün. Da, hinten ist doch. Ah, ja, ich seh's. Jetzt müsste da voll die vielen Spieler sein, äh. Nein, man kann sogar anders reinigen, sehe ich gerade. Hier ist die Ranken. Ranken, ja. Ach so, du, du bist rein. Ich hab erst Rennen verstanden. Nein, nein, die Ranken. Darüber kommst du rein. Ja, das weiss ich. Ich hab verstanden erst. Ach, cool, man kann ja anders rennen. Ein Zombie ist die ganze Zeit schon da gerannt. Ja, jetzt mag er mich. Ja, ich bin fast gegen Kaktus gelaufen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir decken uns ein, zeigen euch, was wir dann so gefunden haben und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann wirklich in die Brücke gehen. Hoffentlich. Wenn nicht wieder noch ein Spieler kommt. Oder noch ein Serverabschluss. Oder was weiß ich. Naja, wir verabschieden uns. Bis dann. Zum nächsten Mal. Ciao.